Ein Tag im Leben einer Fashion-Designerin. Hallo, ich bin Barbie, Modedesignerin. Und es ist mein Job, Kleidung für alle meine Freunde zu entwerfen. Und Accessoires, wie zum Beispiel Taschen, Sonnenbrillen und Schmuck. Als erstes benutze ich meine Fantasie, um viele verschiedene Ideen auszuarbeiten. Dann wähle ich den Stoff. Es ist wirklich aufregend, mit Farben und Materialien zu spielen. Ich lasse mich von den neuesten Trends inspirieren. Zum Beispiel Color-Blocking, Fransen oder Slogans. Slogans helfen dabei auszudrücken, wie du dich fühlst, was du liest oder an was du glaubst. Es gibt so viele Stilrichtungen. Ist es nicht cool, dass jeder einzigartig ist? Wir mögen alle unterschiedliche Sachen und drücken unser Selbstbewusstsein auf unsere eigene Weise aus. An einem Tag fühlt man sich vielleicht sportlich und rockt am nächsten Tag als Prinzessin. Oder eine Mischung aus beidem am selben Tag. So cool! Feiern wir unsere Individualität und zeigen unseren eigenen Stil. Mein Motto lautet Spaß haben mit Mode. Kombinieren, wie es dir gefällt. Und am wichtigsten, drück dich aus. Wir haben hart an etwas ganz Besonderem für dich gearbeitet. Und wir sind gerade auf dem Weg dorthin. Komm mit uns! Barbie. Erhältlich in den Smith's Toys Superstores.